Hallo meine Lieben, in diesem Video möchte ich was machen, was ich selber idiotisch finde, aber da ich auf diesem Kanal lauter Dinge tue, die ich selber idiotisch finde, sich also um einen absolut idiotischen Kanal handelt, wo ich also relativ ungeniert und relativ unenthemmt Dinge tue, von denen ich eigentlich denke, sind vielleicht keine so gute Idee, okay, nicht völlig ungeniert und ungehemmt, aber doch sehr weitgehend ist, dass das Programm hier mache ich jetzt eben was, was ich ziemlich bekloppt finde, nämlich ich kommentiere mich selbst, haha, ich habe mir gestern so eine kleine Reihe auf Mastodon, einen kleinen Thread verfasst, wo ich selber das Gefühl habe, da liegt irgendwie mehr drin, als mir im Moment klar ist und jetzt versuche ich das irgendwie auszupacken oder mich dem anzunähern, was ich irgendwie diffus, ja, fühle oder den Eindruck habe, da ist mehr drin und mal sehen, ob es überhaupt stimmt, also ich lese das jetzt und kommentiere das jetzt und versuche irgendwie das rauszufinden, ob das überhaupt stimmt, dass da mehr drin ist. Es geht um Beziehungen und es geht mal wieder um das Ausmaß, in dem wir Menschen Beziehungswesen sind. Ja, das ist irgendwie völlig banal einerseits, aber andererseits eben auch nicht, das ist das eigentlich Faszinierende, also dass es eben auch nicht banal ist, ja, also natürlich sind wir nicht die einzigen Beziehungswesen, also man könnte sagen, alle in Gruppen lebenden Tiere, die nicht völlig vereinzelt leben und welche, wie viele Tiere sind das, die das tun, also die völlig vereinzelt leben, weiß ich nicht, die wirklich Einzelgänger sind, nicht so viele eigentlich bei nierem Hinsehen, oder? Was sagen da Biologen dazu? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sind es nicht, wir sind, wie alle anderen Affenarten auch, wie die allermeisten Gruppentiere und wir sind auch nicht die einzigen Gruppentiere und auch nicht nur Affen sind Gruppentiere, aber wir sind auf jeden Fall Gruppentiere, also sind wir hochsoziale Wesen, die aber irgendwie das Kunststück hinkriegen, immer wieder Aspekte ihres Sozialseins einfach völlig aus dem Blick zu verlieren, also sozusagen zu verkennen, in welchem Ausmaß wir Beziehungswesen sind und wie wichtig das ist und welche riesige Rolle das spielt, dass das eigentlich faszinierende, dass das geht und die einzig gute Erklärung, die ich im Moment habe, hat so zwei Aspekte, der eine Aspekt ist, so Fische wissen nicht, was Wasser ist, weil sie sich ständig darin befinden, so könnte man auch über den Mensch sagen, der Mensch weiß nicht, in welchem Ausmaß er ein Beziehungswesen ist, genau deswegen, weil er permanent in Beziehung ist, also Beziehungen sind allgegenwärtig und durch die Allgegenwart der Beziehungen wird dem Menschen das, ja, unbewusst, so wie Fische kein Bewusstsein über Wasser haben können, weil sie sich ständig in ihm befinden, so die eine Erklärung, die andere Erklärung ist die übliche bei mir mit der, ja, wir leben halt nicht in einem naturgemäßen Zustand und können auch nicht darin zurück, weil der naturgemäße Zustand war eben das Nomadenleben für uns und da waren halt Beziehungen anders da, als sie da sind für uns, seitdem wir in Sesshaftigkeit zusammenleben, also gerade bezogen auf unsere Bezogenheit, gerade in Beziehungen auf was für Beziehungen haben wir, hat sich unsere Welt ganz drastisch verändert durch unseren gemeinsamen irreversiblen Übergang von Nomadenleben zur Sesshaftigkeit und das sorgt für, also ein Phänomen, das eigentlich allgegenwärtig ist ebenfalls und zwar, einerseits ist es so, dass wir ja nach wie vor auch in Kleingruppen leben, also wir haben ja das Kleingruppenleben nicht aufgegeben mit dem Übergang zur Sesshaftigkeit, aber andererseits hat sich verändert für uns, was eine Kleingruppe ist, es gibt eben jetzt auch noch zusätzlich so etwas wie Gesellschaft und das will aber nicht in unseren Kopf, also in unseren Kopf will die Differenz zwischen Gruppe oder Gemeinschaft und Gesellschaft nicht rein, also Soziologen, deswegen gibt es glaube ich überhaupt die Wissenschaft der Soziologie, weil wir das eben so wenig klar haben, sonst bräuchte man glaube ich keine Soziologie, und Gesellschaft an sich ist damit etwas, was unser Hirn nicht begreifen will, begreifen kann und um diese Lücke, weil ja Gesellschaft trotzdem objektiv da ist, zu füllen, agieren wir permanent mit Projektionen, wir projizieren sozusagen das, was in Gruppen, in Kleingruppen gilt, auf die Gesellschaft als Ganze und das unzulässigerweise, obwohl viele Dinge in Gesellschaft ganz anders sind als in Kleingruppen, von der Mechanik her oder von der Dynamik her, von der Art und Weise, wie das funktioniert und welche Wirkungen und Wechselwirkungen das hat und das ist eigentlich auch der Fall, denke ich, beim Thema Beziehung, also sozusagen, unser Hirn macht einfach, dass es bestimmte Beziehungsaspekte einfach für gegeben hält, weil das halt mal so war, als wir eben noch vor über 10.000 Jahren das Nomadenleben gelebt haben in der Breite, jetzt ist es halt anders, ganz vorsichtig ist es anders, aber trotzdem will unser Hirn sozusagen, stellt die ganze Zeit diese Differenz auf nicht existent, ja, also sozusagen, wir projizieren die ganze Zeit, dass sich nichts verändert hat, weil einfach unser Gehirn so arbeitet. Das ist sozusagen eine performative Projektion, eine Projektion, die auch nicht stattfinden kann. Es ist also sozusagen eine Illusion, die sich von ganz alleine herstellt, einfach wirklich qua Biologie, weil wir voreingestellt sind auf das Leben in Kleingruppen, aber halt auch neben unserem weiter fortbestehenden Leben in Kleingruppen, eben auch in Gesellschaft leben und Gesellschaften sind keine Kleingruppen und haben ein anderes Wesen, sagen wir mal ganz großkotzig, eine andere Mechanik. Das sind so meine einzigen Erklärungen dafür, wie es sein kann, dass wir in diesem Ausmaß übersehen, dass wir Beziehungswesen sind und wie wichtig das ist. Um ein Beispiel zu geben, wir tun zum Beispiel so, als hätten wir Beziehungen zu, keine Ahnung, wenn wir zum Beispiel Deutschland nehmen, 83 Millionen Menschen, obwohl das eigentlich offensichtlich ist, dass das nicht geht und nicht sein kann, dass wir zu 83 Millionen Menschen eine Beziehung haben, die noch den Namen Beziehung verdient hat. So was meine ich in der Art, wenn ich sage Projektionen. Wir denken in Beziehung zu sein, auch dort, wo wir es nicht sind, und zwar, weil wir derartige Beziehungswesen sind. Also sozusagen unsere Beziehungsnatur sorgt eben in dem Zustand der Sesshaftigkeit für dauerhafte Illusionen, für dauerhafte, nicht vorübergehende, für konstante, stabile Illusionen, die sich von ganz alleine herstellen, die wir auch gar nicht vermeiden können, auch ich nicht. Also Erkenntnis hilft da nichts. Du kannst darüber reflektieren, aber die Illusion ist immer noch da. Das ist ja auch so eine Illusion, dass man denkt, Illusionen gehen weg, von ganz alleine, wenn man sie fokussiert, also wenn man sie sich bewusst macht. Dann ist die Illusion nicht mehr da. Das ist so nach der Devise, du schaust hin und dann erkennst du und dann ist die Illusion für immer weg. So funktionieren die Illusionen, mit denen wir es heute zu tun haben, nicht. Sie stehen auch dann fort, wenn man sie reflektiert. So wie kognitive Verzerrungen, sogenannte Cognitive Biases, einfach weiter bestehen, auch wenn du sie dir bewusst machst. Es ist nicht so, dass der Cognitive Bias weg ist, nachdem du erkannt hast, oh, Menschen haben ja hunderte von Cognitive Biases. Ja, so, da gibt es ja tolle Listen im Internet, was es da alles gibt, wunderbare Dinge, wie unser Gehirn arbeitet. Ja, wenn du das erkennst, wie das Gehirn arbeitet, arbeitet das Gehirn halt weiterhin immer noch so. Du weißt halt nur jetzt, wie es arbeitet, aber es hat nicht angefangen, anders zu arbeiten, nur weil du erkannt hast, wie es arbeitet. Das ist so, also die Illusion, dass das weggeht durch Reflexion, durch Bewusstmachung, nenne ich mittlerweile selbst Kognitivismus, aber vielleicht ist mir gestern eingefallen, sollte ich es eher Mentalismus nennen. Es ist so magisches Denken über wie die Psyche funktioniert, wie das menschliche Gehirn arbeitet. Bewusstmachung verändert alles. Ja, so haben Philosophen mal gedacht, aber es war halt trotzdem immer schon falsch. So, das ist jetzt alles immer noch die Vorrede. Es wird ein ulkiges, schlimmes, komisches Video, ist jetzt schon klar. So, jetzt steige ich mal ein. Also das war jetzt so erstmal die Erklärung oder mein Stammeln da versuch, mir jetzt selbst zu erklären, wie es denn sein kann, dass ein Beziehungswesen, wie der Mensch, verkennen kann immer wieder, welche Bedeutung Beziehungen denn für ihn haben, weil das ist wirklich erstaunlich. Also, dass das möglich ist, das derart aus dem Blick zu verlieren. So, also, der Thread beginnt folgendermaßen. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Wir können nicht auch keine Beziehungswesen sein. Wir können uns nicht dagegen entscheiden, entscheiden zu sein, was wir sind. Eigentlich alles völlig banal. Also, ein Tiger kann nicht entscheiden, kein Tiger zu sein. Ein Mensch kann nicht entscheiden, kein Mensch zu sein. Da ist ein wesenhafter Bestandteil, sag ich wieder so großkotzig, das Menschen ist ein Beziehungswesen zu sein, können wir uns nicht dagegen entscheiden, Beziehungswesen zu sein. Auch nicht, wenn wir, wie heißt dieser lustige Ausdruck im Japanischen, wenn die Leute nicht mehr aus dem Haus gehen, auch dann nicht. Oder wenn wir Eremiten werden oder uns auf eine einsame Insel zurückziehen, weil wir ja irgendwie Millionär sind oder Milliardär und uns eine einsame Insel leisten können und uns am Privatbunker. Wir hören dann nicht auf, Beziehungswesen zu sein. Wir sind weiter Beziehungswesen, auch wenn wir solche merkwürdigen Dinge tun aus Gründen. Also, auch dass wir das tun, hat was mit unserer Beziehungsnatur zu tun. Also, selbst noch die Verweigerung gegenüber Beziehungen kommt aus einem Beziehungsimpuls. Also, sozusagen, die steile These dieses Videos ist im Grunde, hinter allen menschlichen Motiven steht ein starker Beziehungsaspekt, ein starker Beziehungswille. Hinter allen Motiven, hinter allem, was Menschen tun, hinter allem, was Menschen bewegt. Sagen wir so, und vorsichtiger, es lässt sich so betrachten, als ob der Beziehungsaspekt darin der entscheidende Aspekt ist. Und auch wenn das nur eine Methode ist oder eine Hypothese ist, also im Sinne von, wir tun mal so als ob und schauen, wohin uns das bringt, ist es eine Methode, die meines Erachtens Potenzial hat und Funken sprüht. Und das ist wieder sehr bemerkenswert, weil die Frage ist, warum tut es das? Warum sprüht das Funken? Weil in der Regel sprühen Dinge Funken, die nicht für uns selbstverständlich sind. Also, so interessant sind Sachen, die jetzt nicht völlig banal sind. Und dass also diese Sache nicht völlig banal ist, alles menschliche Verhalten lässt sich so betrachten, dass der Beziehungsaspekt, der entscheidende Aspekt daran ist, für uns, dass dieser Gedanke möglicherweise, das ist ja nur eine Annahme von mir oder ein Eindruck eines verrückten Individuums, nämlich in meiner Wenigkeit, dass der Funken sprüht, hat möglicherweise was mit uns auch zu tun und auch mit dem Zustand, in dem wir uns befinden. Ansonsten wäre das ein Satz, der jetzt nicht Funken sprühen würde, der uns nicht überraschen würde, der nicht einen Erkenntniswert oder sowas hätte, sondern wir sagen so, ja mei, was hast du erwartet? Wenn die Sonne am Himmel steht, wird es hell oder so. Oder wenn, keine Ahnung, wenn es regnet, wird es nass. Ja, der Beziehungsaspekt ist für Menschen immer wichtig. Ja, geh weg mit deiner banalen Erkenntnis. Das ist keine Erkenntnis. Das ist ja völliger Quark, völlig banal. Und irgendwie ist es nicht so und das ist wiederum selbst auf der Meta-Ebene interessant. Also, wir können uns nicht gegen bestimmte, wir können uns nicht dagegen entscheiden, zu sein, was wir sind. Wir können uns nicht dagegen entscheiden, Beziehungswesen zu sein. Wir können sozusagen nicht wegmachen oder verändern, dass wir Beziehungswesen sind und dass das Beziehungen immer wichtig für uns sein werden. Was wir aber können, das kommt jetzt im nächsten Satz, ist, wir können uns also gegen bestimmte Beziehungen entscheiden, aber wir können uns nicht gegen alle Beziehungen entscheiden. Was heißt das, wir können uns gegen bestimmte Beziehungen entscheiden? Das heißt zum Beispiel, in meinem Leben sehr wichtig gewesen, ich habe immer wieder Beziehungen abgebrochen zu verschiedensten Menschen, die wahnsinnig wichtig für mich waren. Angenommen, angenommen sage ich schon, angefangen mit meiner Familie bis über zu wirklich, wirklich wichtigen Freunden, die mich geprägt haben, die mich begleitet haben, die mich unterstützt haben, aus Gründen, die jetzt im Einzelnen, ich bei jedem Einzelnen, wo das so war, durchgehen müsste, kam es zu einem Beziehungsabbruch. Oft ging der tatsächlich von mir aus, in seltenen Fällen ging der auch vom anderen aus. Sehr schmerzhaft von der anderen Seite, wo man dann merkt, was man möglicherweise anderen Menschen angetan hat. Oft merkt man das ja selber gar nicht so, aber wenn man es erleidet, merkt man schon, es tut weh. Also zum Beispiel denke ich an einen Freund, da schmerzt mich das bis heute, ist schon jetzt viele Jahre her, dass der aus meinem Leben rausgetreten ist, aus Gründen, die ich bis heute nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja, das ist ja auch manchmal so, obwohl ich habe so vage Vorstellungen, die hat man da immer, die müssen nicht stimmen, warum derjenige das getan hat. Aber auf jeden Fall vermisse ich diesen Freund schmerzhaft. Er hatte einen festen Platz in meinem Leben und den Platz wollte er halt nicht haben und ja, da bin ich halt verlassen worden. Häufig war ich aber immer eher ich, der andere verlassen hat. Also wo andere gesagt haben, bleib doch und ich bin dann gegangen. So ein schlimmer Mensch bin ich. Soll angeblich typisch sein für Einzelkinder, habe ich mal irgendwo gelesen, dass Einzelkinder leichter Beziehungen abbrechen als Geschwisterkinder. Also ich habe eine Schwester, aber mit der bin ich nicht zusammen aufgewachsen. Wir sehen uns ein, zwei Mal im Jahr Beziehungen mittlerweile, weil wir beide so viel zu tun haben, dass wir für unsere Beziehung, obwohl wir teilweise in der gleichen Stadt leben, kaum Zeit haben. Auch sehr interessant. So, also wir können uns gegen bestimmte Beziehungen entscheiden, aber wir können uns nicht gegen alle Beziehungen entscheiden. Das heißt, ein Mensch, der jetzt sich zum Ziel setzen würde, ich will keine Beziehungen, gar keine, zu nichts und niemandem, hätte trotzdem welche. Und jetzt werden manche Gegenbeispiele suchen sofort, ja, wo das anders ist. Dann möchte ich behaupten, Menschen sind auch fähig, Beziehungen zu Tieren und zu Dingen und zu Vorgängen einzugehen. Ja, also ein Mensch, der jetzt zum Beispiel sagt, ich will keine Beziehung zu Menschen haben, hat einfach dann Beziehung zu anderem. Ja, und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Dinge, die manche als für sexuelle Perversionen halten. Es geht ja nicht immer um Sex oder so, es geht um Beziehung. Ja, und nicht jede Beziehung ist sexueller Natur. Es gibt auch unsexuelle Beziehungen, auch wenn das auch wieder manche verleugnen, dass es das gibt. Aber, ja, es gibt ja Leute, die jenseits von Claudia hat einen Schäferhund und den Hund hat sie nicht ohne Grund, dass sie, dass wir, dass zum Beispiel Leute eine intensive Beziehung zu ihrer Modelleisenbahn pflegen oder zum Internet an sich, ja, das kann man zum Beispiel vielleicht bei mir behaupten, dass ich eine sehr intensive Hassliebe zum Internet pflege. ja, also sowas in der Art meine ich. Wir Menschen sind nicht fähig, gar keine Beziehungen zu haben. Es gibt eine komische Story, die mal die, ähm, Werer F. Birkenbiel erzählt hat, ja, die ich mittlerweile extrem skeptisch sehe aufgrund ihrer Esoterik, ja, was ja viele gerade an ihr gut finden, finde ich hochproblematisch, aber egal, das klammern wir mal kurz aus. Es gibt diese Lust, dieses lustige Männer, Männer, Frauen Geschichte, äh, die sie mal erzählt hat. Es ist so ein zweiteiliger Vortrag, ähm, irgendwo abrufbar, weiß nicht mehr wo, äh, keine Ahnung, muss man, muss jeder sich selber suchen. Ich werde den bewusst nicht verlinken, aber wen das interessiert, kann es sicher suchen. Männer, Frauen, irgendwas, Werer F. Birkenbiel. Und dann erzählt sie das und keine Ahnung, ob das stimmt, aber sie sagt, ähm, es gibt eine, es gibt ein paar merkwürdige Sachen, die, äh, Testosteron mit uns anstellt und eben, äh, in der Regel, nicht immer, aber in der Regel ist es so, dass, wenn sich kleine Jungen im Mutterleib befinden, äh, sie mehr Testosteron ausgesetzt sind, als, ähm, die meisten Frauen, so im statistischen Mittel. Und interessant ist die Auswirkung. Und sie sagt, die Auswirkung ist, dass die beiden Hirnhälften, die sowieso nie ganz parallel wachsen, in einem größeren Ausmaß nicht parallel wachsen. Also das heißt, die eine Hirnhälfte wächst, ähm, deutlich schneller, ja, und das ist in einem statistischen Mittel bei Männern mehr der Fall als bei Frauen, behauptet sie. Und jetzt ist es so, dass diese, die Nervenbahnen sind auf der einen Seite und wollen sich mit den, mit den Nervenbahnen auf der anderen Seite vernetzen, ja. Und weil aber jetzt auf der anderen Seite noch nicht, dass, dass das, das Gehirn genauso weit entwickelt ist, greifen jetzt diese Nervenbahnen ins Leere und wollen sich verbinden und finden da nichts. Und dann machen sie folgendes, weil sie sich nicht nicht vernetzen können, vernetzen sie sich wieder mit anderen Nervenbahnen auf der gleichen Hirnhälfte. Und das würde dazu führen, dass eben a, die Hirnhälften bei den meisten Männern schlechter untereinander vernetzt sind, als bei den meisten Frauen im statistischen Mittel. Das führt zu mehreren Effekten. Der eine Effekt ist zum Beispiel, dass Frauen sich nach Schlaganfällen wieder im statistischen Mittel schneller und leichter und vollständiger erholen als Männer, weil eben andere Hirnareale einspringen können, was bei Männern dann eben aufgrund der schlechteren Vernetzung zwischen beiden Hirnhälften weniger der Fall ist. Das ist der eine Effekt. Und der zweite Effekt ist, wir haben halt mehr von diesen Teilbereichsgenialitäten, ja, also weil wir so Hirnareale haben, die sind super untereinander vernetzt, sind aber relativ abgeschlossen. Das heißt so im vulgär Sinn, nicht im medizinischen Sinne, autistisch, was wir bei Frauen weniger haben im statistischen Mittel. Also sozusagen, es gibt ja auch die Aussage so, Männlichkeit an sich hat so gewisse Ähnlichkeiten mit Dingen, die wir Autismus nennen. Ja, Männlichkeit an sich. Und das sei der Grund. Also diese Testosteronungleiches-Hirnwachstums-Geschichte. Das ist so eine Geschichte, die erzählt die W.R.F. Birkenbiel, was heutige Hirnforscher dazu sagen, weiß ich nicht, also ob die sagen, völliger Quark, stimmt nicht, hat sich die W.R.F. Birkenbiel ausgedacht oder ist ein veralteter Forschungsstand, keine Ahnung, ob das stimmt. Aber als Metapher ist das ganz gut geeignet. Also im Sinne von, wenn man sich vorstellt, diese Nervenbahnen, die sind da so und die greifen ins Leere, auf der anderen Seite ist noch nichts da, weil die andere Hirnhälfte ist halt etwas langsamer als die eine. Und dann greifen die in sich selber zurück und vernetzen sich mit sich selbst. Und das als Metapher dafür, in welchem Ausmaß wir Menschen, ein Beziehungswesen sind. Das heißt, wir wollen uns vernetzen und wenn da nichts ist, womit wir uns vernetzen können, vernetzen wir uns einfach trotzdem, nämlich mit etwas anderem. So ist das gemeint. Also die Sätze, wir können uns gegen bestimmte Beziehungen entscheiden, aber wir können uns nicht gegen alle Beziehungen entscheiden. Das ist immer noch im dritten Satz des ersten Tuts auf Mastodon. Es geht, also ich weiß nicht, wie viel hat denn der? Ich weiß immer selber nicht, was ich da... Es sind sechs, glaube ich. Ja, sechs Tuts. Und diese Tuts sind ja länger zum Beispiel als Tweets. Sagt man noch Tweets auf X? Ich bin da schon so lange nicht mehr. Keine Ahnung. So. Nächster Satz im ersten Tuts. Jedes Nein zu einer bestimmten Beziehung ist bei uns ein Ja zu einer anderen Beziehung. Da sehe ich, dass ich einen Grammatikfehler gemacht habe. Den korrigiere ich schnell. Das ist ja auch so toll auf Mastodon, dass man das korrigieren kann. Das wurde bei Twitter immer, also es war Twitter, hieß immer bemängelt, dass das nicht möglich ist, weil man nicht wollte, dass wenn jemand was retweetet hat und man es danach ändert, dann eben man dem anderen was unterschieben kann. Verstehe ich auch. Trotzdem genieße ich als jemand, der viel schreibt auf Mastodon, dass man es nachträglich korrigieren kann und zwar unbegrenzt, also auch nicht zeitlich limitiert. Kommt da manchmal vor, dass Leute was retuten von mir und dann sehe ich, oh, da ist ja was falsch und dann ändere ich es nachträglich. Dafür schon mal sorry an allen, denen das schon so mit mir ergangen ist. Da ist einfach mein innerer Monk, der hält das nicht aus, falsche Dinge stehen zu lassen. Und dann korrigiere ich die oft nachträglich und genieße sehr, dass das auf Mastodon möglich ist. So, also, jedes Nein zu einer bestimmten Beziehung ist bei uns ein Ja zu einer anderen Beziehung. Und ich glaube, ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass in dem ganzen Thread das der entscheidende Satz ist. Ja, also, operativ ist es wahrscheinlich der entscheidende Satz. Du sagst Nein zu einer anderen Beziehung und, also, vielleicht über, über verallgemeinere ich dann eine persönliche Erfahrung, die halt ich in meinem Leben so erlebe, aber die bei anderen ganz anders sein kann. Aber zum Beispiel ist es so, ich habe ja oft, wie ich schon erzählt habe, Leute aus meinem Leben rausgekickt. Ja? Und ich konnte nicht so schnell gucken, wie dann andere Menschen in meinem Leben waren. Liegt vielleicht daran, dass ich in einer Großstadt lebe. Ja? Vielleicht ist das auf dem Land anders, wo man sich dann schwerer tut, andere Leute zu finden, weil halt weniger Leute einfach da sind. Das ist ja das, was Stadt und Land über unterscheidet im Kern. Die Bevölkerungsdichte, wenn man also eine Definition des Unterschieds zwischen Stadt und Land will, dann ist, glaube ich, die Größe Bevölkerungsdichte nicht ganz, Menschendichte nennen wir sie mal freundlicher, nicht ganz schlecht. Ja? So sagt, was ist denn der Unterschied zwischen Stadt und Land? Ja, halt Menschendichte. Wie viele Menschen auf wie viel Raum macht den Unterschied zwischen Stadt und Land? ja, und vielleicht ist es deswegen so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es in meinem Leben immer so gelaufen, dass wenn aus egal welchen Gründen Menschen aus meinem Leben verschwunden sind, sofort neue da waren. Und wenn das stimmt, was ich hier behaupte, in so einer anthropologischen Allgemeinheit, ja, der Menschen, die wir Menschen sind, beziehungsweise sind, dann müsste das auch auf dem Land so sein, obwohl da weniger Menschen sind, weil da sind vielleicht weniger Menschen, aber Menschen sind eben auch in der Lage, Beziehungen zu allem Möglichen aufzubauen. Und wenn da keine Menschen sind, dann werden einfach Beziehungen zu irgendwas aufgebaut. Also Robinson Crusoe ist jemand, der dann irgendwie anfängt, den Pflanzen um sich rum Namen zu geben und mit ihnen zu reden oder Steinen oder Bäumen oder keine Ahnung was. Wir können nicht nicht in Beziehungen gehen. Oder er erfindet sich Dämonen, Geister und Götter, mit denen er reden kann, die dann eben sozusagen anthropomorph sind, das heißt menschenförmig sind, weil Menschen Menschenbedarf haben. Also generell ist das vielleicht auch ein Gedankengang zur menschlichen Neigung zur Anthropomorphisierung der Welt. Also wir Menschen können die Welt nicht 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 anthropomorph betrachten. Alles, was wir anschauen, wird uns menschlich. Und warum ist das so? Weil wir Beziehungswesen sind. Und wir sind sozusagen voreingestellt darauf, dass andere Menschen da sind. Und wenn da keine Menschen sind, dann vermenschlichen wir einfach Welt, weil wir Menschenbedarf haben. Also alles wird uns menschlich, ob wir wollen oder nicht. Wir können das nicht vermeiden, weil unser Gehirn so arbeitet. Unser Gehirn ist auf andere Menschen voreingestellt. Das ist meine Behauptung. Ist das jetzt banal oder nicht? Das ist die ganze Zeit das, was ich mich frage. Sage ich hier völlig banalen Scheiß oder sage ich hier was doch Innovatives, was eben gar nicht banal ist? Jetzt kommt noch ein Hammergedanke, finde ich. Also Entschuldigung, dass ich das über Gedanken von mir selber sage, aber ich sehe es ja so, es sind eigentlich gar nicht meine Gedanken. Man ist mehr so Durchlaufstationen. Die Gedanken ereilen einen, man fabriziert sie gar nicht so sehr, sondern es ist mehr so, sie rauschen durch den Kopf und haben auch gar nicht so viel mit einem zu tun, sondern man ist mehr so, ja, zufälliger Knotenpunkt. Auch dazu kommt da noch mehr später in diesem Thread. Okay, also jetzt kommt der letzte Satz im ersten Tut. Daher gibt es durchaus auch so etwas Beziehungskonkurrenz, denn jede Beziehung kostet Zeit, Kraft und Aufmerksamkeit. Also wir haben ja gehabt im letzten Satz, jedes Nein zu einer bestimmten Beziehung ist bei uns ein Ja zu einer anderen Beziehung. Die logische Konsequenz ist unter anderem genau deswegen gibt es auch so etwas wie Beziehungskonkurrenz, denn jede Beziehung kostet Zeit, Kraft, Aufmerksamkeit und da weiß ich zum Beispiel nicht, ob uns das zu jedem Zeitpunkt wirklich völlig klar ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Berufspolitik. Wir sagen so, wenn dich was stört, dann geh doch in die Politik. Wenn das aber stimmt, was ich hier geschrieben habe, was ich hier zusammenfabuliere, dann ist es ja so, du gehst in die Politik und gibst da doch Beziehungen, die du hast auf, zugunsten neuer Beziehungen, und zwar, weil du in die Politik gehst. Das ist die Frage, ist das so schlau, Politik in dieser Form zu organisieren, dass man, wenn man politisch was bewirken will, man Beziehungen aufgeben muss und wir Menschen aber Beziehungswesen sind. Also Leute, die jetzt wirklich in die Politik gehen, als Berufspolitiker, müssen ganz viele Beziehungen mindestens deintensivieren, also weniger leben, weniger wichtig für sich machen und müssen neue Beziehungen eingehen und zwar, weil der Mensch ein Beziehungswesen ist, weil alles, was der Mensch tut, entscheidend in seinem Beziehungsaspekt ist. Besser kann ich es nicht sagen. Also der Beziehungsaspekt ist das Wichtigste daran, an dem, was wir tun. Und das heißt, auch wenn wir zum Beispiel so etwas tun, wie wir gehen in die Politik, ist das Interessanteste daran die Veränderung unserer Beziehungen. Und wir können nicht in die Politik gehen und erwarten, dass sich unsere Beziehungen nicht verändern, weil wir Menschen ein Beziehungswesen sind. Versteht man, was ich hier sage? Also dann denke ich, wird es gar nicht mehr so banal, weil ich denke, dass es vielen Leuten, die zum Beispiel einfach was stört und sich dann engagieren, nicht klar. Ist zumindest mein Eindruck. Ja, also, dass sie das, dass wir das ausblenden. Weil es hat viele Aspekte, weil es führt eigentlich sofort zu der Frage, ist das sehr klug, Politik so zu organisieren, dass du nur in der Politik dann was bewirken kannst, wenn du dich aus deinem gewohnten privaten Feld dauerhaft herauslöst. Dauerhaft. Ja, mein Vorschlag ist ja, das so zu organisieren, dass wir uns nur vorübergehend herauslösen, aber nicht dauerhaft. Aber jemand, der Berufspolitiker wird, muss seine anderen privaten Beziehungen vernachlässigen. Und zwar einfach, weil wir alle nur begrenzte Tageswachzeit haben, begrenzte Kraft, begrenzte Aufmerksamkeit und Beziehung an sich, wenn es eine Beziehung ist, kostet nun mal Kraft, Zeit, Aufmerksamkeit. Da kannst du noch so viel mit der berühmten Quality Time kommen. Du bist halt nicht da. Zum Beispiel, wenn deine Kinder, keine Ahnung, Kindergeburtstag feiern und du aber einen wichtigen Termin hast und eine wichtige Sitzung, wo du da sein musst, wenn du was bewirken willst in der Politik. Wer organisiert denn dann diesen Kindergeburtstag und wer ist da? Oder wenn dein Kind irgendwie eine schwere Niederlage erleidet oder ein schweres Erlebnis hat, wer tröstet dein Kind? Wenn du nicht da bist, tröstet dein Kind ein anderer. So banal ist das. Und so sehr blenden wir das aus. Ich gehe mal davon aus, dass Leute, die Kinder haben und zumal kleine Kinder haben, die aber in die Politik gehen als Berufspolitikerinnen und Berufspolitiker, dass diese Menschen eigentlich gar keine Kinder haben. Also formell haben sie Kinder, aber sie haben nicht wirklich Kinder. Warum? Naja, weil Kinder haben ist ja nicht nur was auf dem Papier. So, ich habe dieses Kind mitgezeugt oder mitverbrochen biologisch, sondern es gibt ja auch soziale Elternschaft und aus sozialer Elternschaft bist du nicht das Elternteil dieser Kinder. Das sind andere, die, die sich halt kümmern. Die, die da sind. Du bist nicht da. Das ist auch das, was dieser Beziehungsaspekt bedeutet und das ist alles andere als trivial. Oder Leute, die einen ganz tollen Job haben und möglicherweise sich da total engagieren. Die haben die 60-Stunden-Woche und sie tun das für die Familie. Für die Familie, weil sie ihnen eine gute Zukunft bieten wollen, Möglichkeiten im Leben, einen gewissen Lebensstandard und so. Also es ist alles total prosozial, dass die Leute das machen. Haben einen 60-Stunden-Job und haben Kinder. Und sie tun das für die Familie, für die Kinder. Aber gleichzeitig haben sie gar keine Kinder. Das macht es also ziemlich paradox mit der Karriere. Leute, die Karriere machen für die Familie. Und das will ich gar nicht in Abrede stellen, dass das ist. Ich will nicht sagen, die haben eigentlich andere Motive und das ist eigentlich gar nicht. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, ich gehe davon aus, dass die Leute das wirklich für ihre Kinder tun, aber gleichzeitig ist irgendwas daran total weird. Ja? Weil es eben so ist, dass sie eigentlich gar keine Familie haben. Sie haben sie halt auf dem Papier oder in Gedanken, aber nicht in der Realität. Die Realität ist, du bist bei deinen Kindern. Also, wenn wir, oder wenn jetzt alle, die jetzt gerade sich mit Wirtschaftsfragen befassen und unserer wirtschaftlichen Situation aufschreien und aufstöhnen, wenn sie das hören, aber wenn wir uns das klar machen, in welchem Ausmaß wir Menschen beziehungswesend sind, hat das zum Beispiel zur folgenden Folge, dass nahezu alle, die Kinder haben, sich um Teilzeitlösungen bemühen werden. Auch die Männer. Weil sonst bist du in Gefahr, Kinder zu haben, ohne Kinder zu haben. Und da ist die Frage dann irgendwann für ein Beziehungswesen, dass der Mensch nun mal unweigerlich ist, wo ist da der Sinn? Warum sollte ich Kinder haben, die ich gar nicht habe? Ja, sie habe ich sie und gleichzeitig habe ich sie nicht. Ja, auf dem Papier habe ich sie, aber nicht wirklich, weil ich kriege von ihnen wahnsinnig wenig mit und als ehemaliger Vater eines kleinen Kindes, das jetzt gar nicht mehr so klein ist, kann ich sagen, meine Beobachtung war, als unser Sohn noch sehr klein war, der hat so viel erlebt jeden Tag und sich so stark verändert. Ich würde sagen, binnen Stunden, also wenn die klein sind, ist es so eine Veränderung binnen Stunden, binnen Tagen. Dieses Tempo, dieses rasante Entwicklungstempo, das die am Anfang drauf haben, verlangsamt sich dann immer mehr. Also es ist nicht mehr, hat immer noch dynamisch, aber nicht mehr so dynamisch wie am Anfang. Du kriegst ja so viel nicht mit. Also du bist zwei Tage weg und da ist ein anderes Kind. Ja. Und das, denke ich, ist kaum übertrieben. Klingt übertrieben, ist aber nicht übertrieben, weil es relativ stimmig mit meinem Erleben aus der Zeit, wo ich mich noch dunkel erinnere, also was jetzt bei mir 15 Jahre her ist. Also wenn ich mich richtig erinnere, wie ich das erlebt habe vor 15 Jahren mit unserem Sohn, dann war es so, völlig verschiedene neue Moves drauf, völlig verschiedene neue Bedürfnisse, völlig verschiedene neue Neigungen drauf. Dinge, die gestern noch dran waren, sind gar nicht mehr dran. Dinge, die gestern noch gar nicht da waren, sind plötzlich da. Also ein Veränderungsdynamo und du bist aber nicht da, weil du arbeitest, weil du halt wichtige Dinge zu tun hast, weil du Geld verdienen musst oder weil du an einer rosigen Zukunft für deiner Familie arbeitest, aber du bist eigentlich nicht da, du hast eigentlich gar keine Familie. Und das sorgt dafür, dass die Konzepte Karriere, die ja häufig in so aufopferungsmäßigen 50, 60, 70 Stunden Wochen bestehen und Familie sich tatsächlich performativ ausschließen. Man könnte geradezu sich zu der Behauptung versteigen, aus diesem Gedanken heraus, der Mensch ist ein Beziehungswesen in einem Ausmaß, das er selbst immer wieder gerne vergisst und Beziehungen Kosten, Zeit, Kraft, Aufmerksamkeit, dass das Konzept der Karriere an sich und die Realität der Familie an sich sich wechselseitig tatsächlich ausschließen. Du kannst nicht Karriere machen und gleichzeitig Familie haben. Geht nicht. Das gilt nicht nur für Frauen, nicht, für Frauen, Entschuldigung, das gilt nicht nur für Frauen, das gilt auch für Männer. Generell für alle Menschen. Du kannst nicht Familie, du kannst nicht Kinder haben und Karriere machen. Und das gilt auch übrigens für Berufspolitik, aber es gilt auch für andere Karrieren, also für nicht politische Karrieren, für private Karrieren. Karrieren in der Wirtschaft oder im Beamtenapparat oder wo auch immer man Karriere machen kann. Also wenn du Karriere machst und du hast Kinder, dann hast du eigentlich gar keine Kinder, möchte ich behaupten. Das ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die das halt versuchen. Aber sozusagen, was ich sagen will ist, vielleicht ist es gut, sich das einzugestehen. Also vielleicht ist es erstmal ein Schlag ins Gesicht, aber es ist irgendwie vielleicht auch, dass man die Quality-Time-Lüge halt nicht kauft. Ja, weil es eine Lüge ist, eine Illusion ist, es ist eine schöne Geschichte. Wir hätten das gern so, dass es anders ist, aber es ist halt trotzdem nicht so. Und warum ist es nicht so? Ja, weil der Mensch ein Beziehungswesen ist. Und ich meine, ihr seid nicht da. Euer Kind ist ja auch ein Beziehungswesen. Jetzt greift sozusagen das Kind beziehungstechnisch ins Leere, weil ihr abwesend seid. Ihr seid ja nicht da, ihr seid nicht präsent. Also hat euer Kind diese Beziehung, die es eigentlich in euch suchen würde, mit anderen Menschen oder anderen. Es geht ja immer in beide Richtungen. Das ist ja der Witz an Beziehungen, dass es immer reziprok ist, wenn es eine Beziehung ist. Immer wechselseitig. Der eine ist ein Beziehungswesen, der andere ist aber auch ein Beziehungswesen. Und dieses Beziehungswesen, das das Kind ist, kann gar nicht anders, als sich zu vernetzen mit dem, was da ist. Und wenn ihr nicht da seid, vernetzt es sich halt mit anderem. Was nicht schlecht sein muss. Ich zum Beispiel habe sehr davon profitiert, dass ich mich nicht mit meinen leiblichen und sozialen Eltern hauptsächlich vernetzen musste. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr da. Also mich haben Erwachsene gerettet, die nicht meine biologischen und nicht meine sozialen Eltern waren. Indem sie dann, diese anderen Erwachsenen, irgendwie doch meine sozialen Eltern waren. Obwohl da nicht Eltern vorne drauf stand, sondern andere Dinge. Also meine Pflegemutter hat mich gerettet. Danke nochmal dafür. Auch ihr Mann, auch ihre eigene Tochter, die war sechs Jahre älter als ich, haben mich gerettet, dass die da waren. Später meine Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer haben mich gerettet. Und andere Leute, die da waren. Erwachsene, die da waren. Und dadurch, dass sie da waren, hatte ich eine Möglichkeit, andere Beziehungserfahrungen zu machen, als die, die ich eben in meiner kleinen Stammfamilie gemacht habe, die katastrophal war. Und als ein solcher Mensch, der also diese Erfahrung gemacht hat, da sind auch andere Menschen, glücklicherweise, nicht nur die Kleinfamilie, da sind auch andere Menschen, die auch, mit denen ich auch was beziehungsmäßig am Start habe, mit denen ich auch Beziehungen eingehen kann, das hat mich sicherlich gerettet. Als wäre ich nur meinen Eltern ausgeliefert gewesen, das wäre ziemlich sicher nicht gut gegangen. Für alle Beteiligten. So. Das ist, äh, mein Kommentar zu meinem ersten Tut aus einem, aus sechs, einem Thread aus sechs Tuts. Jetzt mache ich einen Punkt, ich mache irgendwann weiter, also das wird jetzt hier eine kleine Reihe, in der ich sozusagen versuche, meine eigenen komischen Gedanken von gestern zu, einzufangen irgendwie, oder zu interpretieren, oder mal nachzuschauen, ob da vielleicht mehr drin liegt, oder nicht. Ich bin mir immer noch unschlüssig, ob da mehr drin ist. Gestern hatte ich die starke Intuition, dass da deutlich mehr drin liegt, als mir selber erst mal klar ist. Also, wenn man so will, eine ganze Philosophie, eine ganze Weltsicht, eine ganze Meta-Theorie, eine ganze Anthropologie, die also wirklich einige Dinge wirklich dann ändert, auch im Handeln ändert, also im Sinne von, das hat ethische Dimensionen, das hat auch politische Dimensionen, bei mir hat es ja immer politische Dimensionen, aber, ähm, ich bin mir momentan unsicher, ob das wirklich so ist. Ja, also, ich bin immer noch am Ausloten, ich bin noch nicht entschieden. Bin ich eigentlich jemals entschieden? Ja, doch, ab und zu bin ich entschieden. Jo, soweit von mir erst mal, merkwürdiges Video, komisches Video, weiß ich nicht selber, was ich davon halten will, und ich werde trotzdem weitermachen, wenn mir danach ist, wenn ich wieder Zeit habe, wenn ich wieder Kraft habe, zwischendrin, dann mache ich weiter damit, und werde dann weiter in einem, ähm, im Alltagssinne, nicht im medizinischen Sinne, oder nicht im diagnostischen Sinne, in einer, in einem autistischen Modus mich selbst kommentieren. Also, sozusagen, Gedanken meines Ichs von gestern beleuchten und überprüfen und ausloten und eben schauen, was liegt da drin, was kann man daraus weiterspinnen, was lohnt sich weiter zu spinnen, was auch nicht, was ist reine Spinnerei, was ist gute Spinnerei, was ist schlechte Spinnerei, auch das Bild der Spinne und des Spinnens kommt in diesem Tut übrigens selber beständig fort. Also, es wird viel dann im kommenden von Beziehungsnetzen die Rede sein, ja, weil das mir eine gute Metapher zu sein scheint, dass die Rede vom Beziehungsnetz. So viel als Vorgriff auf das Kommende in dieser kleinen Reihe und für jetzt mache ich einen Punkt und ende wie immer mit im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politie, die Demokratie gelost werden muss.